So, willkommen zurück zu Walking Dead Episode 2, Hunger und Hilfe. Wir sind hier gerade angekommen auf der Ranch dieser größeren Familie. Denen wir helfen sollen beim Zaun aufbauen oder Zaun reparieren und die Sachen werden wir jetzt mal angehen. Jetzt werden wir uns erstmal hier umgucken, was hier so abgeht. Mal ein bisschen mit dem Mark quatschen. So, was ist deine Rede an Andy so far? Denkst du, dass sie uns offen lassen würden? Dass die Perimeter sicherlich helfen wird uns viel zu helfen. Wir werden in gut und machen das Ort sicherer für uns. Ich werde es zurückziehen. Es war natürlich schon sehr geschickt, wenn wir hier mit einziehen könnten quasi. Können wir hier mal gucken. Steckdose am Zaun. Du kannst definitiv sagen, dass sie das Ding selbst gebaut haben. Ja, der Heimwerker von heute macht alles selbst. Das Gatter können wir aufmachen. Können wir uns mal hier den Lattenzaun ansehen. Hm, pointig. Ja, hat er gut erkannt. Spitz. Ist gut, wenn da so ein Zombie drauf liegt. Mit einer Gedankengabe wie er hier rumschleicht. Unglaublich. Ja, ob uns das was gebracht hätte. Mag ich mal zu bezweifeln. Okay, also wir sollen mit ihm zusammen den Zaun ablaufen. Gucken, ob da beschädigt ist. Jetzt können wir nochmal mit dem Kollegen hier sprechen. Ja, das Arsenal ist ein bisschen übertrieben. An Elektrik Fence ist genug, um die Walkers zu halten? Walkers? Das ist das, was Sie callen? Das ist gut. Die alten einen nicht, aber Mac, er war unser Foreman. Er hat sich herausgefunden, wie es mit den Generatorn ist. Wir sind hier hier ein paar Nachts und sehen die Sons-A-Biches sizzle und pop, wenn sie zu nahe sind. Das ist das gleiche zu entertainment, ich denke. Diese Generatorn sind genug, um den ganzen Dairy zu erzeugen? Wir haben vieles. Und wir müssen immer für die Fuel für viel, wie wir können. Aber sie alle zusammenarbeiten, um die Trick zu machen. Das sind wir die ersten Gäste. Jo, komm, dann lass mal reparieren gehen. Ja, und dann werde ich jetzt mit Marc mal den Zaun abgehen. Und gucken, ob wir hier irgendwo eine kaputte Stelle finden. Also, ein sehr großes Gelände. Das ist ein Stück Scheiße. Ja, so wollen wir jetzt nicht sein. Ja, da ist so ein geratener Zombie. Ja, ist gut durch. Lee. Lee, es ist tot. Komm schon, lass uns das wegziehen. Ein Licht? Ich könnte meinen Arsch verwetten, wenn ich den jetzt anfasse, dass er dann... dass er dann loslegt. Ja... Ja... Den Pfeil... Können wir den Pfeil rausziehen? Ah... Ich weiß nicht, was er zuerst hat. Die Schrauben oder die Fische? Ich weiß nicht, was er zuerst hat. Egal, hoffe ich, er war bereits tot. Suche, den mal rauszuziehen. Komm, zieh dich nicht. Ickilligit. So, jetzt schieben wir den mal weg. Ich hoffe, der... wacht jetzt nicht wieder auf. Nein. Die Fortressen braucht Menschen, um ihn zu retten. Wir haben genug Menschen. So, was ist dein Geist auf die Brüder? Sie sehen, dass dieses Ort ziemlich gut ist. Was bedeutet das? Ich weiß nicht. Sie sind gut genug. Ich möchte, dass ich deine Brüder habe. Wenn alles gut geht. Das ist alles. Danke. Das ist das. Ich sehe. Ah, die war so gerade dabei rüber zu klettern. Hier können wir nichts anderes machen, außer die wegzuschieben. Toll, jetzt hängt sie da. Ja, dann werden wir da mal draufhacken, ne? Krass. Ja, verbranntes Fleisch riecht wirklich sehr ekelhaft, kann ich euch sagen. Wir werden später fragen. Ich habe auch Hunger. Ja, natürlich habe ich Hunger. Ja. Sie haben sie angeboten, ne? Ja. Ich denke, ich sehe, wo sie kommen. Und dieser muss sich überlaufen, um es zu überlaufen. Er hat sich sehr gut geblieben. Wenn sie so viel Essen haben, wie sie sagen. Ich denke, so. Sie haben sie angeboten, ne? Auf der anderen Seite. Gute Idee. Ja, jetzt warte doch mal. Ja, man muss aber erstmal alles untersuchen. Ich weiß schon, was passiert. Jetzt stellen wir den Zaun auf. Und dann sind wir beide draußen und kommen nicht mehr rein. Was passiert jetzt? Die Fenster sind auf. Warum würde er die Fenster aufbauen? Er weiß, dass wir hier raus sind. Was ist denn? Geh nach dem Garten! Oh, Scheiße! Robin Hood ist am Start. Wer ist das denn? Keine Idee. Jetzt. Die Fenster auf dem Garten ist der einzige Weg raus. Komm! Schieb! Schieb! Oh, was sollen wir jetzt tun? Mit einem Pflug nach oben? Okay. Ui, ja, der Scheiße, der war knapp, ey. Der war richtig knapp. Los! Schieb endlich, verdammt! Was müssen wir denn noch machen? Da können wir nichts mehr machen. Der steht frei. Ah, guck an. Jetzt rollt das Ding. Oh, jetzt darf ich aber... Jetzt muss ich da nebenher laufen. Nackt, klasse! Schieb! Das ist einer der Menschen, die wir vorhin gestohlen haben. Wir müssen ihn überprüfen. Ja, dann überprüfen ihn mal. Gib ihm den Essen! Du sch*** mit uns! 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 Nein, meine Güte! Woher denkst du, du gehst? Ich kann das machen! Woher haben die so viele Pfeile, ey? Natürlich, noch ein Zombie, war ja klar. Warum sind die so aggressiv? Ja, es war klar, das war klar. Nochmal! Und nochmal, komm! Oh, schnell! Kuh drücken, Kuh drücken, Kuh drücken! Okay, das hat er nicht sonderlich beeindruckt. Ding! Scheiße! Jetzt kommt da auch noch ein Zombie. Von allen Seiten werden wir hier angegriffen. Danke! So, jetzt sind wir erstmal sicher, glaub ich. Schnell weg! Schnell weg! Schnell weg! Schnell weg! Wir sind nicht weg! Ja, warte mal ab, als ich mit Carly komme. Die hatten nämlich ne Knarre. Und dann geht's euch richtig an den Kragen. Lee! Was ist falsch? Die elektrische Fenster kam auf. Einige Leute haben angefangen aus den Wald, und wir wurden zwischen ihnen und der Fenster befestigt. Was ist das für eine Frage, Mann? Der hat eine Pfeil in der Schulter, ja. Kann's nicht gut gehen. Oh nein! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das ist dumm gelaufen, man. Das ist ne gute Einstellung. Ah, jetzt muss ich das auch nur suchen, ne? Ja, jetzt muss ich das. Das ist nicht sicher. Wir können hier nicht bleiben. Das ist nicht sicher. Das ist sicher. Das ist ein viel sicherer als Motorin. Ich denke, dass alle von uns und unsere Beine können ein paar Punkten mit Bösen und Arrows beitragen. Was wir brauchen, ist, finden wir eine Art und Weise, um unsere ganze Gruppe zu bleiben. Wir nehmen das hier, wenn wir das hier nicht mehr haben. Oh, cool your jets, Rambo. Das sind gute Leute. Wir können uns nicht alles tun, um uns zu beenden, bevor wir essen. Ich werde hier helfen, um Dan zu arbeiten mit diesen Bandits. Ihr müsst euch versuchen, mit Andy und Brenda zu Hause zu machen. Das ist einfach. Ich habe Charme aus meinen Augen. Ja, natürlich. Das ist wirklich Charme, Dad. Vor allem er, ne? Ja. 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 Wahnsinn. Wir schauen dir ab. So. Weiter geht's. Wir schauen uns mal weiter um hier. Also ich habe ja die doofe Vermutung, dass die Besitzer dieser Farm hier mit diesen Banditen unter einer Decke stecken. Dass das alles geplant war. Okay, dann jetzt? Jetzt bin ich draußen. Und wieder hat er ein Rätsel gelöst. Was haben wir da hinten? Maisfeld, das schauen wir uns später an. Können wir mal gucken, was im Stahl rumfleucht. Okay, hier reingehen können wir nicht, aber ein paar Worte drüber verlieren. Ein Heulpeilen können wir uns auch noch anschauen. Das könnte man machen, ja. Da geht's nicht weiter. Mal gucken, ob hier noch was geht am Zaun. Ne, nur das Gatter. Dann haben wir hier Lily. Und ihren alten Arsch vom Vater. In dem Pavillon können wir uns mal anschauen. Wir können ja Heulpeilen drumrum stellen. Seid doch froh. Sie und Kenny haben Frieden nicht gemacht. Oh je. Dem Übersetzer gehört eine auf den Latz geknallt. Äh, mit, mit der Vatersache fangen wir gar nicht hier schon an. Was ist das für etwas? Was ist das für ein Gerät? Was ist das für ein Gerät? Was ist das für ein Gerät? Ich weiß, dass wir einfach da waren. Wenn wir einfach da waren, dann Mark nicht mit einem Arscherchen hätte kommen. Ich denke, du und Kenny nicht ganz genau machen. Ich bin hier nicht genau, was wir hier gemacht haben. Ich versuche, zu sehen, was von seinem Punkt zu sehen. Ich habe eine Frau und Kind und alles. Aber mit ihr Leben mit der Familie ist ziemlich dumm, wenn du mich fragen. Lee, ich weiß, dass du und Kenny Freunde sind, aber du kennst, dass er nicht die richtige Person ist, um diese Gruppe zu führen, nicht wahr? Ich weiß auch nicht. Ich weiß aber, dass du und Kenny sehr wichtig sind, um eine Gruppe zusammen zu halten. Ja, naja, wenn ich uns nicht leben halb, gibt es keine Gruppe, um zusammen zu halten. So, dann schauen wir uns jetzt mal das Maisfeld an. Ich bezweifle, dass wir hier arg lange bleiben werden, weil sonst wäre die Story so arschlangweilig. Jetzt gehen wir nochmal durchs Gatter und vielleicht können wir ja endlich mal anfangen, ein bisschen was zu reparieren. Ein bisschen Bretter sägen oder sowas. Oder wir gehen mal ins Haus. Captain Einsicht könnte man ihn auch nennen. Bret Gatter. Hier noch was. Da schaukelt jemand. Reden wir mal mit meiner kleinen Clem rein. Auf jeden Fall. Nicht so zickig, kleiner Bub. Kleiner Glücksbringer, du. Mal gucken, wie sie hier den Ort so finden können. Es ist schön. Es erinnert mich an, wie die Dinge vorhin sahen. Ja, es erinnert mich. Ja, es erinnert mich. Denkst du, dass die Dinge wieder zurückkommen werden, wie sie waren? Hm, lieber keine falschen Hoffnung machen. Ich hoffe so. Ich hoffe so, auch. Ich hoffe so. Ich hoffe so, auch. Ich hoffe so, dass ich mich schnauze. Nein, ich hoffe so. Ich hoffe so, dass ich mir schnauze. Es ist alles anhört. Ja! Okay, Austin. Versuch auf die Gasse. da oben hin. Gucken ob die uns noch was zu erzählen haben. Benutzen das Gatter mit der Spitzen. Hmm. Jetzt oder später, jetzt oder später, jetzt oder später. Optimaler Cliffhanger und ich würde sagen wir machen hier einen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann!